Meine Motivation ist natürlich zu verhindern, dass diese Zölle auf chinesische Solarmodule eingeführt werden, weil das unser Geschäftsmodell erheblich beschädigen oder sogar unser Geschäft unmöglich machen würde. Wir partizipieren sehr stark von den günstigen Solarpaneelen, dass die so günstig hergestellt werden können in China. Das senkt unsere Kosten für die Erzeugung erneuerbarer Energien. Es macht überhaupt keinen Sinn, da Zölle drauf zu erheben, weil das für die Verbraucher innerhalb der EU wiederum die Strompreise nach oben betrachtet.